Hallo und Sawadee Kap, liebe Zuschauer. Hier ist wieder euer Andy aus den schönen Thailand und willkommen auf meinem Kanal. Ja, liebe Zuschauer, ich bin wieder mal hier in Kataya, in Litauen gelandet und ich gebe euch jetzt mal ein paar Eindrücke, wie es heute hier so aussieht. In Litauen überall steht in der Walking Street, neure Kleine gemacht worden. Man sieht mich noch ein bisschen im Hintergrund. Bleibt da einfach rein und schaut euch an. Ja, liebe Zuschauer, ich bin wieder ein paar Eindrücke. Guten Tag. GJa 500 KM BK ICH 90 ... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.